Hallo liebe Kinder, liebe Playwee-Fans und willkommen zu diesem kurzen Infovideo. Ja, der November neigt sich am Ende zu und die Adventszeit beginnt und somit schätzt auch Weihnachten vor der Tür. Für die Adventszeit haben sich fast 24 Playwee-YouTube-Kanäle etwas ganz Spezielles für dieses Jahr überlegt. Und zwar ist unter der Organisation von Geschichten aus Schönergarten ein Playmobil-YouTuber-Adventskalender 2021 entstanden. Jeder Kanal von Playmobil-YouTube, also fast alle, haben ein Video gemacht und veröffentlichen es dann an einem Tag. Wir sind auch mit dabei und wir öffnen für euch das... Das zeige ich jetzt noch nicht, welches Türchen. Das erste Türchen öffnet aber von Yushis Welt, also fahrt unbedingt am 1. Dezember um 15.30 Uhr bei Yushis Welt vorbei, damit ihr das erste Adventsvideo des Adventskalender nicht verpasst. Von Geschichten bis Bastelvideos und Backvideos ist wirklich alles dabei und alles natürlich auch mit Playmobil. Unter der Woche werden die Videos um 15.30 Uhr online kommen und am Wochenende sowie auch am 24. Dezember um 10 Uhr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.